Hier präsentieren wir die 5 beste Windeleimer für den Schutz vor Keimen und Gerüchentest. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Tome Tipe Sangenic Tech Windeltwister Weiß. Neben den Modellen der Marke Angel Carver verwenden die meisten Eltern häufig Windeltwister mit Nachfüllkassetten des Herstellers Tome Tipe. Kunden haben das Modell Tome Tipe Sangenic Tech Windeltwister auf Amazon überwiegend positiv bewertet. Der Drehwickelmechanismus des Sangenic Tech Windeltwisters macht es unglaublich einfach, ihn zu benutzen, während er alle Gerüche und Bakterien vollständig abdichtet. Nummer 4. Roto Baby Design Top Windeleimer Der Roto Baby Design Windeleimer kann die beste Option für Sie sein, wenn Sie die offensichtlich hochwertigen Windeleimer der Firmen Kiko, Angel Car oder die Apert Champ nicht mögen oder diese einfach zu teuer sind. Der Roto Baby Design Windeleimer hat ein recht schlichtes Design und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Da die meisten Eltern zweimal pro Woche waschen, kann dieses Modell zwischen 10 und 15 Windeln aufnehmen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Corp L Standard Windelabfallbehälter 16L Der Windeleimer der Firma Corp L mit der Modellnummer M250DS ist ebenfalls sehr beliebt und hat auf Amazon positive Bewertungen erhalten. Hierbei handelt es sich um einen herkömmlichen Windeleimer, der keine Nachfüllkassetten enthalten muss. Bei diesem Typ werden stattdessen normale Plastikmüllsäcke verwendet, was auf lange Sicht kostengünstiger ist. Die 15 Liter Gesamtkapazität des Corp L M250DS Windeleimers bieten ausreichend Platz für die gebrauchten Windeln. Auch die leichte Bauweise und die einfache Handhabung sind sehr nützlich. Nummer 2. Geruchsdichter Windeleimer Diaperchamp Reguler Silber, für normale Müllbeutel. Der Windeleimer Diaperchamp ist ein geeigneter Ersatz für das Kiko-Modell, auch wenn er noch etwas teurer ist. Beide Versionen sind jedoch vom Konzept her recht ähnlich. Allerdings gibt es insgesamt 4 verschiedene Größen für den Diaperchamp Windeleimer. Das Modell Diaperchamp ist eine fantastische Alternative, wenn Ihnen der Kiko-Windeleimer etwas zu klein ist. Im größten Modell des Diaperchamp finden mehr als doppelt so viele Windeln Platz wie im Kiko-Modell, das bis zu 75 Windeln fasst. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kiko Windeleimer Odoe Off, geruchsdichtes System. Der Kiko Windeleimer zeichnet sich durch eine patentierte Technologie aus, die es ermöglicht, das Produkt mit normalen Plastiktüten zu verwenden. Letztendlich profitieren Sie davon, dass Sie keine Ersatzkassetten kaufen müssen, wie es bei anderen Windeleimern der Fall ist. Der Kiko Windeleimer besteht aus 2 Teilen. Wenn Sie sie verwenden, müssen Sie diese zusammensetzen. Wenn Sie einen Beutel mit 30 Litern Fassungsvermögen verwenden, kann dieser Windeleimer insgesamt bis zu 30 Windeln aufnehmen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.